Geiba ist ein Glaubenskonzept, das die Grundlage vieler schiitischer Glaubensrichtungen bildet, den Kernpunkt ihrer Eschatologie. Eine Jede hat ihren verborgenen Imam, auch Jesus lebt, nach dieser Vorstellung in der Verborgenheit. Die Idee von der Verborgenheit trat zum ersten Mal im Jahr 700 bei den Kaiserniten auf einer in Kufa lebenden Gruppe von Schiiten. Für die Mohammed ibn al-Hanafiyah, der Sohn von Ali und einer seiner Sklavinnen, der Imam war er sei nicht gestorben, sondern habe sich aus der Welt entfernt und lebe verborgen. Dabei unterscheidet sich diese Vorstellung von der Verborgenheit allerdings in den verschiedenen schiitischen Richtungen. Für die Mehrheit der Schiiten, insbesondere für die Zwölfer Schiiten, ist der letzte Imam nicht tot, sondern er wurde von Verborgenheit überschattet. Er lebt in einer unsichtbaren Welt und wird als der verborgene Imam bezeichnet, der Mahdi, der am Ende der Zeit zurückkommen soll. Es gibt zwei Stufen der Verborgenheit. Die kleine Verborgenheit besteht daraus, sich zu verstecken und der Verfolgung zu entgehen, und die große Verborgenheit, bei der der Imam keinen Kontakt mehr mit den Lebenden hat, obwohl er als noch als lebendig betrachtet wird. Der verborgene Imam kann sich durch Repräsentanten zum Ausdruck bringen, welche die sprechenden Imame sind, die auch als Botschafter bezeichnet werden. Nach Surawadi ist der Mahdi inkognito gegenwärtig, aber er kann seine Anwesenheit nicht verraten. Weil er sofort seine spirituelle Kraft verlieren würde, die Ismailiten haben ein anderes Konzept der Verborgenheit. Die Linie der vor der Welt verborgenen Imame erstreckt sich im Geheimen vom Vater auf den Sohn. Der Mahdi ist folglich ein Nachkomme des letzten bekannten Imams. Bei den Tayyibitten sind die Vertreter des verborgenen Imam, die D.A.I. al-Mutlak. Die Rückkehr des Imams weist nicht auf das Ende der Zeit hin. Ismailiten Die ersten ismailitischen Imame sind verborgen geblieben, um der Unterdrückung der Abbasiden zu entkommen. Die Dauer der Verborgenheit beginnt mit Ismaili B.N. Jaffa, dem siebten schiitischen Imam, um 760. Abdallah al-Mati, der elfte Imam. Der die Zeit der Verborgenheit beendet und für die meisten Ismailiten als der Mahdi gilt, er war der erste Fatimiden-Kalif. Nisariten Für die ismailitischen Nisariten gab keine neue Periode der Verborgenheit. Agir Khan IV. ist der aktuelle Imam. Tayyibitten Für die ismailitischen Tayyibitten beginnt eine neue Periode der Verborgenheit nach der Ermordung des fatimidischen 20. Imams und Kalifen von Kairo. Al-Amiya Im Jahr 1130 Diese Periode der Verborgenheit ist noch nicht abgeschlossen. Der letzte Imam ist bekannt als Ad-Tayyibabi el-Kasim. Zwölfer Schiiten Für die zwölfer Schiiten verschwand der zwölfte Imam, Mohammed al-Mati, im Jahr 874 in eine kleine Verborgenheit. Wobei er mit seinen Anhängern durch seine Botschafter in Kontakt blieb. Die Ära der großen Verborgenheit begann 940. Drosen Für die Drosen ist der ismailitische Imam und Kalif der fatimiden al-Hakim der Madi, er hat sogar den Rang einer inkarnierten Gottheit. Der Status der Drosen als Muslime wird daher kontrovers diskutiert. Für die Drosen